Jeden Deal, den ich gemacht habe, wo ich nicht 100% davon überzeugt war, dass der gut wird, der ist auch nicht gut geworden. Es ist hart, Unternehmer zu sein. Und jeder, der euch da was anderes erzählt, der erzählt Bullshit. Ich will mehr meine Reise in die Immobilienwelt euch erzählen. Warum will ich das erzählen? Weil ich natürlich auf dem Weg sehr viele Learnings hatte, die ich gerne mit euch teile. Weil am Ende des Tages bringt es keinem von euch etwas, dass ich erfolgreich bin. Aber ich habe es in der Hand, euch etwas davon abzugeben und ich inspiriere sehr gerne und das ist heute mein Job. Ich habe den Vortrag, der in 18 Minuten ist echt sportlich, weil ich bin so ein richtiger Labersack. Aber ich werde mich auf alle Fälle reduzieren auf das Wichtigste. Zum einen in zwei Bereiche unterteilt. Einmal mein Weg, der mit Sicherheit auch das eine oder andere Learning beinhaltet für euch. Und zum anderen das Thema Immobilieninvestment. Macht das Thema Immobilieninvestment Sinn? Für wen macht es Sinn? Macht es zur aktuellen Zeit Sinn? Und da wollen wir jetzt erstmal anfangen mit meinem Weg. Und da ein sehr schönes Bild oder nochmal ein Hinweis. Also es handelt sich hier um meine Erfahrungen. Erfahrungen sind ja immer individuell und viele Wege führen nach Rom. Ich möchte den Vortrag beginnen mit einem Bild. Und diesen adretten jungen Mann, den ihr hier seht, der hatte jetzt um die Zeit, hätte er da schon fünf Bierintos da hinten bei den anderen am Stand. Nicht so wie ihr hier sitzen und Informationen aufnehmen. Sondern ich bin sehr dörflich aufgewachsen. Ich war in meiner Käseglocke gefangen. Ich habe extrem viel Alkohol getrunken. Also bei mir war Donnerstag bis Montag Party. Und ich hatte meine Ursprünge, ich bin über meinen Onkel in die Bank geraten, was sich im Nachgang als sehr großer Glücksfall erachtet hat, weil ich da noch mit Finanzen in Verbindung gekommen bin. Und habe dann zehn Jahre in der Bank gearbeitet. Hatte 135 Kilogramm, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Ich hatte ein Auto, ein Alpha 145. Ich musste von dem einen Handgriff zum nächsten eine Schnur spannen, dass sie den Kurven, die Tür nicht aufging. Also es war ein sehr überschaubares Leben. Oder wie es bei mir in meinem Fall war, Gott sei Dank hat es den Schalter umgelegt. Und ich habe das ins Positive gekehrt. Und habe in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Wissen, Netzwerk einfach den Schalter umgelegt und richtig Gas gegeben. Und das war so der Kick-Off, so mit Mitte 20. Ich werde in zwei Wochen 40 und hatte nichts. Geile Erinnerungen, auf jeden Fall. Also ich möchte ja auch nicht missen. Aber das war es dann auch schon gewesen. Ich habe dann mit diesem einen Deal meine kompletten Schulden zurückbezahlt und hatte auf einmal Startkapital. Und habe dann diese Liebe zu den Immobilien entwickelt und zu den Immobilien, die sie entwickeln. Und habe mit dem Startkapital dann angefangen, die Immobilien, die es zu skalieren und auch die Bank zu verlassen, um mich selbstständig zu machen. Wo hat mich das hingeführt? Also mittlerweile, ich habe dann ab einem gewissen Zeitpunkt angefangen, achtstellige Gewinne einzufahren, was krass ist. Habe aber relativ schnell auch die Verknüpfung zum Geld verloren, weil ich denke, wenn Geld der Antrieb ist, dann ist der Erfolg einfach nicht in dem Maße praktizierbar, wie wenn man andere Whys hat, andere Warums hat. Ich habe ein Immobilienportfolio aufgebaut. Ich habe auf einmal Buchhunger auf meinem Konto gehabt, wie hier sieben Millionen Eingang und so weiter und so fort. War richtig heftig und war natürlich auch mental auch ein Ding. Ja, von minus 42, dann irgendwo katapultiert auf achtstellig. Ist natürlich auch eine heftige Entwicklung, die man auch verarbeiten muss. Und wenn ich Leute treffe, die schätzen immer so, dass ich so geerdet bin. Ja, okay, klar, ich habe eine Rolex und so weiter, alles gut. Aber menschlich geerdet zu sein, das ist wirklich auch eines meiner Erfolgsrezepte, die auch ganz wichtig sind. Und ich hatte keinen Mentor, ich hatte kein YouTube-Tutorial. Und ich sage nicht, dass es gut war, aber ich hatte es halt nicht. YouTube wurde irgendwie 2005, glaube ich, aufgelegt, 2008 die erste Immo gekauft. Da war der Content noch nicht so immolastig. Ja, da waren andere Dinge. Da waren mehr so Weihnachtsvideos online, die man angucken konnte. Ich habe mittlerweile auch extrem viel Presse bekommen im In- und Ausland. USA, Business Insider Germany und so weiter. Ich habe YouTube-Videos mit sechsstelligen Aufrufen. Ich gebe mein Wissen auch furchtbar gerne weiter. Und habe das alles auch im Ausland, hier in Dubai, in der größten englischsprachigen Zeitung im persischen Raum. Und habe das alles auch mit 0 Euro PR-Ausgaben gemacht. Ich habe noch nie einen Artikel gekauft. Ich habe im Übrigen auch noch nie einen Bühnenauftritt. Oder habe mich da nur nirgendwo eingekauft. Weil bei mir ist das alles das Organische. Ich stehe für das Organische. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich einfach auch zeigen will, was möglich ist. Also natürlich geht es schneller, wenn man sich die Dinge kauft. Natürlich geht es schneller. Aber dieses Thema, da komme ich auch dann gleich noch dazu. Diese Key-Learnings aus der Zeit. Da ist auch eins davon Authentizität und diese Realness. Und das habe ich mir einfach von Anfang an bewahrt. Dann habe ich natürlich auch Social Media eine Reichweite aufgebaut. Ich wurde auf Bühnen eingeladen. Ich habe Investorenreisen gemacht. Masterminds gemacht. Mit geilen Immobilienunternehmen, wo man sich gegenseitig einfach eine geile Zeit macht. Ich mache Webinare, die kostenfrei sind. Und alles mit 0 Euro Marketingbudget, 0 Euro Adspend und so weiter. Also man sieht, was da möglich ist. Und ich bin da sehr stolz darauf, dass sich das so entwickelt hat. Ich meine, wenn man diesen Typen sieht, der da mit dem Whisky-Cola am helllichten Tag im Pool sitzt, ist es schon echt ein krasser Switch gewesen. Ich habe, wie schon gesagt, mehrere Immobilienunternehmen aufgebaut im In- und Ausland. Ich bin auch in UAE, also Middle East, auch engagiert immobilientechnisch. Ich habe, ja, mein derzeitiges Projektvolumen liegt bei irgendwie 50 Millionen Euro kumuliert. Ich bin Bauträger, Immobilienentwickler und Investor natürlich im In- und Ausland und habe da einfach meine Passion zum Beruf gemacht. Was mir noch viel, viel mehr Spaß macht, ist auch das Wissen weiterzugeben. Ich bin auch Experte in der Greater Finanzakademie, von der ihr ja gehört habt den letzten Tag. Und, ja, mache, wie gesagt, die Webinare und auch viel YouTube-Videos etc. Die Leute fragen mich immer, was ist dein Geheimnis oder wie machst du das? Da gibt es für mich sechs Erfolgsfaktoren, die ganz entscheidend waren. Zum einen, ich bin ein krasser Umsetzer, weil wenn ich jetzt sage, wie es geht, von 100 Leuten setzen vielleicht drei um und von denen drei setzt vielleicht einer nachhaltig um. Und das ist also tatsächlich das Einfachste, weil wenn ich jetzt fünf Kilo abnehmen möchte, dann weniger essen, mehr bewegen, ist relativ einfach. Wenn ich aber dann auf der Couch sitze und die Chipstüte mir reinstopfe, dann funktioniert es halt nicht. Also die Umsetzung, dann die Authentizität, was ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Realness. Weil wenn ich jetzt mal, es gibt ja Bewusstsein und Unterbewusstsein, wenn man eine Rolle spielt, dann wird man entlarvt, bewusst oder unterbewusst. Das Bewusstsein hat ungefähr, wenn man es jetzt mal in so einer Länge darstellt, hat das Bewusstsein vielleicht 30 Zentimeter und das Unterbewusstsein irgendwie 15 Kilometer. Also das ist schon ein richtig krasser Hebel, wenn man einfach seine Werte lebt, wenn man real bleibt. Dann natürlich das Durchhaltevermögen, weil, Freunde, ich kann euch sagen, auch wenn ich in 25 Ländern war, wenn man bei Instagram sieht, auf welchen geilen Reisen ich bin und so weiter, es ist hart, Unternehmer zu sein. Und jeder, der euch da was anderes erzählt, der erzählt Bullshit. Man kommt immer wieder vor verschlossene Türen. Und man muss gucken, ist hier irgendwo ein Fenster auf, wo ich rauskomme, oder bringe ich die Tür irgendwie auf? Also es ist nicht einfach. Ganz besonders im Immobilienbereich, die letzten Monate, die waren echt heftig. Wir mussten bei den Projekten ganz, ganz viel mehr Zeit und Energie investieren, wie noch vor eineinhalb Jahren. Also dieses Durchhaltevermögen, das ist auch das, was maßgeblich für meinen Erfolg beteiligt war. Dann ist Thema Intuition, Empathie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jeden Deal, den ich gemacht habe, wo ich nicht 100 Prozent davon überzeugt war, dass der gut wird, der ist auch nicht gut geworden. Und dementsprechend so dieses Bauchgefühl und vor allen Dingen diese Empathie, auch Real Estate Business ist People Business, einfach auch auf den Gegenüber einzugehen, diese Energien aufzunehmen und zielgerichtet im Endeffekt den Deal zu verhandeln, empathisch zu verhandeln. Das hat auch sehr, sehr viel bewirkt bei mir. Dann der hundertprozentige Fokus, sich nicht von dem ganzen Lauten außenrum ablenken lassen. Das war auch einer meiner zentralen Erfolgsfaktoren. Und dieses limitlose Denken. Deswegen bin ich auch gerne in Dubai. Da jagt ein Weltrekord den nächsten. Jeder Gedanke ist erlaubt. Wenn du die Idee hast, ein 100-stockwerkhohes, von Louis Vuitton gebrandeten Tower zu bauen, dann erlaube dir diesen Gedanken. Umgib dich mit Menschen, die im Endeffekt an deinen Visionen mit teilhaben wollen, an deine Visionen mit glauben und wachse. Und hier in Deutschland ist es tatsächlich etwas schwierig. Und ich denke, hier seid alle freigeistig genug und visionär genug, dass ihr auch euch diese Gedanken erlaubt. Aber das ist ja nicht die Regel. In unserem Umfeld ist das ja nicht die Regel. Und deswegen dieses limitlose Denken und natürlich auch das Umfeld danach aussuchen, die einen da unterstützen und nicht limitieren. Man wird an jeder Ecke limitiert. Und das waren so die wichtigsten Punkte. Und viele Leute sagen, ja gut, der hat ja der Glück gehabt. Der Immobilienmarkt, der ist die letzten 12, 14 Jahre massiv angestiegen. Da konnte man nur gewinnen und so weiter und so fort. Ja, okay, wenn es so gejudged wird, dass es Glück ist, dann habe ich natürlich gerne Glück. Aber am Ende des Tages ist es harte Arbeit und es wird auch niemals aufhören. Und wenn du aufhörst, hart zu arbeiten und wenn du aufhörst, durch diesen Pain durchzugehen, dann hörst du auch auf zu wachsen. Das ist die Erkenntnis. Kommen wir nun zum Thema Immobilieninvestments. Erstmal, welche Investments machen denn überhaupt Sinn? Also das Investment, was am meisten Sinn macht, ist das Investment in dich selbst. Also das ist mal in einer Pyramide ganz oben. Das ist das Allerwichtigste. Macht ihr ja auch. Sieht man ja auch, weil ihr da seid. Dann in Unternehmen zu investieren. Das ist der nächste Schritt, der super sinnhaftig ist und der super Sinn macht und den ihr machen solltet. Dann kommen die ganzen anderen Assetklassen, sage ich jetzt mal, Immobilien, Krypto und so weiter und so weiter. Was dazu führt, dass ihr euch multiple Einkommensströme aufbaut. Jeder von euch hat andere Ziele. Der eine will mit Immobilien richtig Geld verdienen. Der andere will im Endeffekt zur Altersvorsorge Immobilien kaufen oder sich ein solides Einkommen mit Immobilien aufbauen etc. Da gibt es ja verschiedene Strategien. Das Thema multiple Einkommensströme liegt mir auch ganz sehr am Herzen, weil es ist nicht nur ein Thema, das euer Leben erleichtert, sondern es ist auch ein Thema, ihr habt eine Verantwortung dafür, für eure Familien, für eure Unternehmen, euer Fundament so solide zu gießen, wie es nur irgendwie geht. Und wenn ihr multiple Einkommensströme habt, dann habt ihr natürlich auch mehr Raum für Kreativität, weil ihr mehr Sicherheit habt. Ihr habt ein Fundament, auf dem ihr aufbauend euren Unternehmensstätigkeiten nachgehen könnt, eurem Leben nachgehen könnt. Und wenn ihr mehrere Einkommensströme habt, führt das dazu, dass ihr entspannter seid, dass ihr ruhiger seid, kreativer sein könnt und erfolgreicher sein könnt. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, sich multiple Einkommensströme aufzubauen, ist eine grundlegende Verantwortung, die ihr habt, um in eurem Leben und unternehmerisch gesehen, wie auch privat, auch besser zu leben und auch die Leute, die euch wichtig sind, auch besser abzusichern. Kann man denn überhaupt jetzt noch in Immobilien investieren? Wenn ihr die bei Google eingibt, Immobilieninvestment, dann kommen die ganzen Schlagzeilen hier, Absturz, Häuserpreise, Zinsen sind erhöht, Häuserpreise fallen, Kreditkollaps, durch hohe Zinsen etc. etc. Und dann kommt der Typ und sagt, aktuell gibt es eine historische Chance, mit Immobilien Geld zu verdienen. So, beißt sich irgendwie. Aber warum ist das so? Ich werde das natürlich auch begründen, aber erstmal nochmal ein kurzer Ausdruck zum Pessimismus. Also dieses pessimistische Denken oder Gefahren zu vermuten hinter jeder Ecke, die zu 90% gar nicht eintreten werden, ist ja eine Fähigkeit, die der Homo sapiens hat und die uns unterscheidet von allen anderen Arten auf der Erde und die wohl auch unser Überleben gesichert hat. Aber man muss damit auch ein bisschen arbeiten können und sich nicht im Endeffekt in diesem Pessimismus verlieren und dann den als Erklärung nutzen, etwas nicht zu tun. Ich möchte jetzt darauf eingehen, warum ich behaupte, dass aktuell eine historische Chance ist, mit Immobilien Geld zu verdienen. Der Mietmarkt eskaliert gerade komplett in Deutschland. Das heißt, wir haben eine Nachfrage nach Wohnraum, die so hoch war wie noch nie. Wir haben eine Zuwanderung, also mehrere Millionen Menschen kommen in unser Land, die alle wohnen müssen. Es gibt ein Wohnungsziel der Regierung, 400.000 Einheiten pro Jahr ans Netz zu bringen, das nicht mal zur Hälfte erreicht wird. Wir haben einen extremen Einbruch beim Neubau, das heißt, es wird fast nirgendwo mehr gebaut, weil die Baupreise zu teuer sind, die Zinsen zu teuer sind, etc., etc. Die Genehmigungen, die Baugenehmigungen sind so stark zurückgegangen wie noch nie. Und das führt dazu, dass extrem Pressure auf dem Markt ist und das führt dazu, dass die Werthaltigkeit eurer Immobilieninvestments einfach für die Zukunft gesichert ist. Die wird sogar noch steigen. Natürlich ist es Glaskugel, aber wenn man jetzt diese Faktoren sich betrachtet, können die gar nicht signifikant fallen. Die können maximal seitwärts gehen oder sich nach oben entwickeln. Dann, was aktuell noch ein Riesenvorteil ist, ist, dass wir einen sogenannten Käufermarkt haben, wo wir die letzten 10, 12 Jahre im Endeffekt immer als Käufer hoffen mussten, dass der Verkäufer uns den Zuschlag gibt. Hat sich das jetzt komplett gedreht? Wir können als Käufer jetzt geil verhandeln, geil einkaufen. Und diese Kombination führt dazu, dass ich sage, aktuell haben wir eine historische Chance, mit Immobilien Geld zu verdienen. Man muss es richtig machen und dann wird diese Nummer richtig Spaß machen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wie sollte man aktuell investieren? Es gibt im Endeffekt zwei Strategien, die hauptsächlich angewandt werden. Es gibt natürlich noch einige andere. Wir haben zum einen mal Buy and Hold Immobilien, also praktisch Bestand. Ich kaufe eine Immobilie und behalte die, vermiete die und die Miete bezahlt im Endeffekt Zins und Tilgung und im Idealfall bleibt noch ein Überschuss monatlich übrig. Da gibt es auch steuerlich interessante Konstellationen. Ich kann beim Immobilieninvestment im Vergleich zu anderen Assetklassen halt zwei Euro aus meinem eigenen Geld geben und ich kriege acht Euro von der Bank. Also das ist im Endeffekt dieser Hebeleffekt, das sogenannte Leverage, der halt da die Musik macht. Dann gibt es noch was für Fortgeschrittene, den sogenannten Immobilienhandel. Ich kaufe Immobilie, mache irgendwas damit und verkaufe sie mit idealerweise Gewinn. Also das ist dann der Immobilienhandel und der ist eher fürs Fortgeschrittene Level. Diese Beispiele in der Kalkulation, die machen wir dann im Workshop noch etwas intensiver. Beim Immobilienhandel ist es wie gesagt, ich kaufe ein, ich mache irgendwas mit der Immobilie, aufwerten, erweitern, vergrößern etc. und verkaufe sie mit Gewinn. Die Uhr läuft gnadenlos runter und deshalb hier mal fotomäßig ein Beispiel von so einem Objekt, das ich aufgewertet habe. Also hier hässliches 60er-Jahres-Deal und am Schluss schön und modern. Da zieht man doch gerne ein. Ja, also, nochmal, aktuell ist seit über 10 Jahren die beste Zeit, sich mit Immobilieninvestments zu beschäftigen. Macht es, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt bei der Greater Finanzakademie, da habe ich die Immobilieninhalte dazu gestiftet, könnt ihr euch da über das Thema informieren. Und in diesem Sinne, auf gute Investments und danke für eure Zeit und ich hoffe, den einen oder anderen sehe ich von euch bald wieder. Dankeschön. Dankeschön.